21. Spieltag. Sieg im Topspiel. Alles wie gehabt. Aber wir waren echt gut. Stimmt's, Bayern? Ja, ja, Leipzig. Ganz toll gemacht. Und ist Dortmund drangeblieben? Junge, was denkst du denn? Wir sind Borussia Dortmund. Also nicht. Natürlich nicht. Wir haben uns von Leverkusen abschießen lassen. Gut, wir waren aber auch treffsicherer als James Bond. Apropos treffsicher. Ratet mal, wer vier Tore gemacht hat. Wolfsburg. Ne, oder? Oh doch. 4 zu 1 Sieg gegen Fürth. Ach, was soll ich sagen? Die Niederlage ist sogar uns peinlich. Kann ich verstehen, Fürth. Dafür schnuppert Köln in der Champions League, hab ich gehört. Psst, Bundesliga. Verschrei's nicht. Oh, sorry. Natürlich. Wir steigen fast ab und Köln spielt oben mit. Was ne Hammersaison. Und Max Eberl ist auch weg. Ja, ich weiß. Aber danke nochmal fürs dran erinnern. Und Zakaria. Ja, wie gesagt, danke. Ich mein ja nur. Und sonst noch was? Ja, wir haben jetzt ernsthafte Abstiegssorgen. Stuttgart, ja. Ei, ei, ei. Oh, mal gucken, ne? Ist halt bitter. Augsburg, Bielefeld, Hertha, die haben alle gepunktet. Ja, das wird ein langer Weg. Naja, wenigstens ist der Abstiegskampf spannend. Und was war dein Highlight an Spieltag 21? Daumen hoch und checkt euch gern meinen Zweikanal ab. Ciao.